Für sie unterwegs als Paketzusteller. Über 200 Pakete. Und auch hier auf dem Beifahrersitz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich muss Gas geben. Alles beginnt mit einer intensiven Recherche über die Arbeitsbedingungen von Kurierfahrern. Ihre Berichte sind erschütternd. Ist die Realität wirklich so schlimm? Ich bewerbe mich als Paketzusteller. Da es im Internet Fotos und Dokumente gibt, die mich als Journalist zeigen, verändere ich mein Aussehen. September. Gleich habe ich ein Bewerbungsgespräch in Hamburg. Auf einer Toilette schalte ich meine versteckten Kameras ein. Ich hatte mich bei allen großen Kurierdienstketten beworben. Es gab Absagen. Hoffentlich läuft es heute besser. Diese Firma sucht Paketzusteller. Auch hier gibt es Informationen von ehemaligen Fahrern. Sie unterscheiden sich nicht von den Berichten aus anderen Betrieben. Kurz nachdem ich meine Bewerbungsunterlagen gemailt hatte, bekomme ich die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Im Internet steht, die Firma fährt für die Post. Ein freundlicher Herr um die 60 steuert auf mich zu und bittet zum Gespräch. Er sei der Geschäftsführer, sagt er. Meine fingierten Bewerbungsunterlagen liegen ihm vor. Doch meine Sorge aufzufliegen ist unbegründet. Zu meiner Person stellt er kaum Fragen. Stattdessen betont er auffällig oft, seine Firma sei Servicepartner der Deutschen Post. In Flensburg, Bremen, Hamburg und Kiel würden sie Pakete zustellen. Ich dachte eigentlich, wo Post draufsteht, ist auch Post drin. Stattdessen höre ich vom Chef, der Kunde bekommen davon ja gar nichts mit. Wir würden sogar Berufsbekleidung bekommen und aussehen wie die von der Post. Und die Post diktiere auch die Regeln, so der Chef weiter. Müsse der Kunde zur Postfiliale, um sein Paket abzuholen, bekommen die Firma kein Geld. Mehr noch, so meine Erinnerung, wenn wir Zusteller schlecht arbeiten, müsse er Strafe zahlen. Dann erst geht es um mein Geld. 1400 Euro netto seien drin, so verspricht er. Aber nur, wenn ich vernünftig arbeite. Sechs Tage die Woche. Und ausgebildet werde ich auch in einem unbezahlten Praktikum. Seine Warnung, das sei ein harter Job, ist mir noch gegenwärtig. Aber er könne es sich gut vorstellen, mit mir zu arbeiten, sagt er am Schluss. Mittwochmorgen, 5 Uhr. Gestern habe ich mir die Arbeitskleidung abgeholt. Natürlich habe ich zugesagt. Das Praktikum will ich machen. Es sind tatsächlich echte DHL-Klamotten, mit einem kleinen Unterschied. Servicepartner steht er rüber. Was voll jetzt gleich auf mich zukommt, er soll mich beim Schichtleiter melden. Das unbezahlte Praktikum soll eine Woche dauern. Draußen im Gewerbegebiet. Meine Nervosität steigt. Zu meiner Überraschung betrete ich ein Postgeländer. Und dann mache ich Bekanntschaft mit dem wohl längsten Zebrastreifen der Welt. An seinem Ende liegt das Depot. Mein neuer Arbeitsplatz. Die versteckten Kameras laufen, als ich die Halle betrete. Meine Kollegen habe ich unkenntlich gemacht. In der Halle frage ich mich zum Schichtleiter durch. Er ruft einen Fahrer herbei, dem er kurz mitteilt, dass er mich anlernen solle. Der nimmt mich mit zu seiner Laderrampe. Es ist ganz schön kalt und laut in der Halle. Alle tragen die gelbbrote DHL-Kleidung wie ich. Und bringen Pakete in die Lieferwagen, die an den Toren parken. Du bist also jetzt mein Ausbilder. So beginnt mein erstes Gespräch mit dem Fahrer. Ja, sieht so aus, sagt er. Und stehst du jeden Morgen an derselben Rampe, frage ich ihn. Ja, das ist meine Rampe, meine Rutsche, mein Auto, sagt er. Hier hat keiner was zu suchen. Wie du siehst, beschreibe ich manche Pakete. Nicht alle. Jeder macht das anders. Ich mache das so. Siehst du, das ist hier beispielsweise nicht mein Paket. Die Adresse haben wir gar nicht. Also muss ich den Scanner nehmen und das eintragen. Das ist fehlgeleitet. In welchem Bezirk fährst du? In Barmbeck. Bezirk 1316. Hamburg, Barmbeck. Die fahren alle Barmbeck hier. Mir fallen die vielen Pakete von Zalando und Amazon ins Auge. Ganz schön viel Online-Bestellung, sage ich. Ja, das stimmt, sagt er. Das wird immer mehr. Während wir reden und er mir immer wieder Details auf den Paketetiketten erklärt, belädt er konzentriert sein Auto. Um 8.30 Uhr ist es dann soweit. Die Rutsche ist leer, der Wagen voll. Zum ersten Mal gehe ich mit meinem Ausbilder auf Tour. Diesen Arbeitstag werde ich so schnell nicht vergessen. Hamburg, der erste Arbeitstag, ist geschafft. Also ich muss sagen, ich bin deutlich überrascht von der Härte des Jobs. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Das ist jetzt kurz vor 19 Uhr. Ich bin heute Morgen um 6.15 Uhr aufgebrochen. Also Hut ab vor den Leuten, die das täglich machen. Jedes Paket wird am Tag mindestens dreimal angefasst. Beim Laden, beim Sortieren, beim Zustellen. Und manche sind so richtig schwer. Insgesamt bewegt ein Paketzusteller drei bis fünf Tonnen täglich. Ich habe einen tollen, erfahrenen Fahrer, der mir zeigt, wie das funktioniert. Der wirklich sehr freundlich und nachsichtig ist, sage ich mal, mit einem Neuling. Wir haben uns gut verstanden. Und er sagt kein schlechtes Wort über Kollegen und den Arbeitgeber. Anstrengend sind die vielen Schritte. Zum Auto, zum Kunden, hoch in den vierten Stock mit Paket, runter ohne oder auch wieder mit Paket, wenn der Kunde nicht da ist. Gut, ich bin jetzt sehr erschöpft, müde, hungrig auch. Wir haben keine Pause gemacht heute. Das fällt mir jetzt erst auf. Und als ich dachte, der erste Tag sei endlich geschafft, stelle ich fest, dass noch lange nicht Schluss ist. Es geht wieder ins Depot. Nicht zustellbare Pakete einlagern, abrechnen, abmelden. Erst eine gute Stunde später sollte ich in meinem Auto auf dem Nachhauseweg sitzen. Extrem, auf jeden Fall. Na gut, ich werde jetzt versuchen, ein bisschen abzuschalten. Morgen geht es weiter, sieben Uhr. Unbezahltes Praktikum. Vielleicht muss man sich das auch nochmal kurz vergegenwärtigen. Doch ich will durchhalten, weiter undercover arbeiten. Auf jeden Fall den Arbeitsvertrag bekommen. Vielleicht fällt mir das alles ja in den nächsten Tagen leichter. Heute ist der letzte Praktikumstag. Heute muss ich entscheiden, ob ich weiterfahren darf oder ob ich überhaupt fahren darf. Weil bislang habe ich ja gelernt und bin mitgefahren. Im Prinzip stecken mir die sechs Tage, also die fünf Tage, heute ist der sechste Tag Arbeit, ganz schön in den Knochen. Große Lust weiterzumachen habe ich nicht. Aber ich hoffe natürlich jetzt im Sinne der journalistischen Aufgabe, dass ich den Job bekomme. In den vergangenen Tagen durfte ich immer mehr Pakete zustellen. Der Scanner ist mir mittlerweile einigermaßen vertraut. Auch die unterschiedlichen Pakete kenne ich. Es gibt Nachname, Identprüfung, Zollpakete und viele mehr. Doch ehrlich gesagt ist das alles schwieriger, als es sich anhört. Vier bis sechs Wochen Anlernzeit wären hilfreich. Aber das ist hier anscheinend nicht üblich. Immerhin, der Schichtleiter hat am Abend eine gute Nachricht für mich. Ja, morgen soll es den Arbeitsvertrag geben. Da bin ich gespannt. Das sieht also sehr gut aus im Moment. Und ab morgen soll ich dann alleine mit dem Auto unterwegs sein. Tja, ganz schön taff. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ein wirklich besonderer Arbeitsbeginn. Ab heute soll ich tatsächlich dazugehören. Mir ist etwas mulmig zumute. Doch statt des Arbeitsvertrags bekomme ich am Ende des Zebrastreifens erstmal nur den Autoschlüssel. Wahnsinn! So, jetzt mal schauen, wo ich hin muss. Ist ja wirklich alles neu. Ich suche meine Laderampe. Für den Rest der Woche soll ich jeden Tag einen immer größeren Teil des Bezirks meines Ausbilders übernehmen. Nächste Woche hat er Urlaub und ich soll seine Vertretung sein. Zum ersten Mal verlasse ich alleine das Depot. Hier ist es schwierig mit Parkern. Ich glaube, ich muss hier hin. Ja, jetzt stehe ich hier mit meinen Parketen. Das wird ein ganz schönes Chaos werden. Pfeifersweg-Barmbeck-Nord. Pfeifersweg 2, 8, 3, 2, 6. Das ist die 2. Manche sind echt zu schwer. Das ist auch 4, 4, 4. Das ist gut. 2 im selben Haus. Hartzensweg 8. Ganz viel Amazon. Also das ist natürlich hier die Geschichte. Die meisten Pakete sind von Internet-Versandhäusern. Daher kommt auch der Boom. Jahr für Jahr wachsen die Mengen. Über 10 Millionen Pakete werden jeden Tag in Deutschland verteilt. Viele Shops und Warenhäuser locken die Kunden mittlerweile mit Gratis-Versand und kostenloser Rücknahme. Von meinen Recherchen weiß ich, dass viele Paketzusteller, die bei Subunternehmen arbeiten, kaum mehr als 5 Euro die Stunde verdienen. Mitunter sogar weniger. Für mich heißt es jetzt suchen. Erst die Adresse, dann den Namen auf dem Klingelbrett. Die Post. Noch all die falsche Hausnummer drauf. Und das ist auf der See. 7C ist in dieser Richtung. 7C. Und dann muss ich das Paket loswerden. Mein Auftrag lautet, auf jeden Fall auch bei den Nachbarn klingeln. Ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl ist natürlich leichter. Aber selten. Sie haben zwei. So, ich muss alles kennen. Kleinen Moment. Würden Sie die anderen auch annehmen für die Frauen? Glück gehabt. Alle Pakete weg. Wer nicht da ist, bekommt einen Zettel. Dann weiß er, wer das Paket angenommen hat. Am nächsten Morgen frage ich den Schichtleiter als erstes nach meinem Arbeitsvertrag. Für mich natürlich ein wichtiges Dokument, denn ich bin gespannt, wie Arbeitszeit und Gehalt geregelt sind. Er legt mir den Vertrag in doppelter Ausfertigung auf den Tresen, zeigt, wo ich unterschreiben soll. Doch ich sage, dass ich mir den erstmal durchlesen wolle und frage, ob ich ihn mit nach Hause nehmen kann. Ich würde ihn morgen unterschrieben wieder mitbringen. Ich höre ein deutliches Nein. Trotzdem versuche ich den Vertrag durchzulesen. Allein es fehlt mir die Ruhe. Ich denke an die Kollegen. Wer händeringend einen Job sucht, fragt nicht lange und unterschreibt. Auch ich unterschreibe, ich will ja als Paketzusteller arbeiten, undercover. Meine zehn Straßenabschnitte in Hamburg-Barnbeck habe ich inzwischen ganz gut kennengelernt. Neben der körperlichen Anstrengung ist es vor allem der ständige Druck, der mir zu schaffen macht. Ich muss die Pakete loswerden. Und immer rennt mir die Zeit davon. Viele, die im Internet bestellt haben, sind einfach nicht zu Hause. Jedes Klingeln und Warten kostet Sekunden, Minuten. So, jetzt versuche ich beim Nachbarn zu klingeln. Die Dame war gestern schon nicht da. Jetzt bekommt der Lebenspartner ja auch noch ein Paket. Jetzt habe ich schon zwei an der Adresse. Tja, muss ich doch mal wiederkommen. Wo sind die alle? Wo sind die alle? Oh Mann, ist das ein schlechter Tag. So, das war wieder nichts. Eieiei, also heute ist echt eine Katastrophe. Und da macht es halt überhaupt gar keinen Spaß. Nervt, 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 nervt. Schlägt auch der zweite Zustellversuch fehl, hinterlasse ich dem Empfänger eine Nachricht und gebe das Paket bei der Postfiliale ab. Ich erinnere mich an eine Aussage des Chefs aus dem Vorstellungsgespräch. Für diese Pakete bekomme er dann kein Geld. Und er hat von Strafgeldern gesprochen, die er zahlen müsse. Immer wieder höre ich von dieser Quote, die erfüllt werden muss. Mehr als fünf Prozent dürfen wir nicht zur Postfiliale bringen. Frank Appel ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post DHL, des größten Logistikkonzerns der Welt. In Deutschland stellen allein die Kollegen in den gelb-roten Uniformen pro Jahr 1,7 Milliarden Sendungen zu. Im Moment wird kräftig in die Logistik investiert. Pakete sollen noch schneller beim Empfänger sein. Wir haben ja heute schon in der Größenordnung um die 90 Prozent Zustände am nächsten Tag. Das wollen wir weiter steigern. Wir sind beim Brief deutlich oberhalb der 90 Prozent. Und wir wollen auch das bei den Paketen erreichen, weil das die Kundenanforderung ist. Ob die Kunden wissen, was das bedeutet? Etwa 25 Kollegen, die ebenfalls für meinen Chef fahren, laden neben mir ihre Fahrzeuge. Weiter hinten in der Halle arbeiten die echten Postler. Sie sind direkt bei der Deutschen Post DHL angestellt. Sie machen genau die gleiche Arbeit wie wir, aber ich weiß, dass sie deutlich besser bezahlt und behandelt werden. Ja, und heute Morgen gab es ja die Gardinenpredigt. Der Schichtleiter hat alle zusammengerufen. Ich wusste erst gar nicht, worum es geht. Und dann zieht er da vom Leder. Anscheinend ist er gestern vom Geschäftsführer, vom Oberboss, selbst zusammengefaltet worden. Und dann, weil der wiederum von der Post Ärger bekommen hat, so hat er das erzählt, die Quoten seien so schlecht. Wir würden zu viele Pakete zurückbringen. Wir würden die Pakete zu lange haben. Also am nächsten Tag nochmal mit den Versuchen zuzustellen. Also alle Quoten, die die Post da vorgibt, seien in dieser Gruppe draußen im Depot bei uns, im Zustellbezirk 13, sei das eine Katastrophe. Und er hat die Leute heute Morgen ermahnt. Er schaut sich das nicht länger an. Das sei die letzte Warnung. Wer jetzt nicht im Sinne der Vorgaben arbeitet, fliegt raus. Ich glaube, das haben die schon oft gehört. Und zu verlieren haben sie ja nichts. Ich denke, sie sind relativ cool. Der eine oder andere wird sogar froh sein, wenn er die Kündigung bekommt. Und dann ist ihm die Entscheidung abgenommen worden. Nach einer Sechstagewoche mit vielen Überstunden bleibt nur der Sonntag für die Wäsche. Jetzt habe ich auch mal etwas Zeit, mir den Arbeitsvertrag in Ruhe durchzulesen. Der Arbeitnehmer erklärt, für vertragliche Tätigkeit uneingeschränkt arbeitsfähig zu sein. Das ist befristet 15.09. bis 29.02. Probezeit. Vergütung, Paragraf 3. Der Arbeitnehmer wird sein monatliches Bruttoendgeld von 1200 Euro eingestellt. 1200 Euro brutto? Dabei hatte der Chef doch im Vorstellungsgespräch gesagt, 1400 netto seien drin. Arbeitszeit mindestens 40 Stunden. Mindestens ist gut. Ich und meine Kollegen knüppeln 55 Stunden und mehr. So meine Protokolle. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur Leistung von Mehrarbeit, vor allem an Samstagen. Überstunden werden nicht vergütet. Das heißt, ich und meine Kollegen kommen auf einen miserablen Stundenlohn von um die 5 Euro brutto. Damit kann niemand eine Familie ernähren. Wochen später lege ich meinen Arbeitsvertrag vom Subunternehmer, der Deutschen Post DHL, einer Fachanwältin für Arbeitsrecht vor. Nach eingehender Analyse kommt sie zu einem eindeutigen Urteil. Der Arbeitgeber ist hier schlecht arbeitsrechtlich beraten. Er hat hier Arbeitsverträge verwendet oder verwendet Arbeitsverträge, die einer rechtlichen Prüfung nicht standhalten. Ein Arbeitsvertrag muss konkret sein. Also ein Arbeitnehmer muss aufgrund der arbeitsvertraglichen Regelung genau wissen, welche Arbeit und in welchem Umfang muss ich leisten und was bekomme ich als Gegenleistung für diese Tätigkeit. Für 1200 Euro brutto soll der Zusteller laut Vertrag mindestens 40 Stunden arbeiten. Das Wort mindestens stört die Anwältin. Da hier mindestens nicht konkret genug ist, kann der Arbeitgeber nicht mehr verlangen. Also dieses mindestens können wir auch als gestrichen ansehen, weil es nicht konkret genug ist. Es gilt also eine 40-Stunden-Woche. Und die Anwältin findet weitere dubiose Formulierungen im Vertrag. Beispielsweise der Satz, Überstunden werden nicht vergütet. Eine solche Regelung ist ebenfalls unwirksam, sodass wir dazu kommen, dass dann die gesetzliche Regelung gilt. Das heißt, ein Arbeitnehmer bekommt jede einzelne Stunde, die über die geschuldete Stunde an Arbeitsleistung erbracht wird, vergütet. Das heißt also, dass die Kollegen die Überstunden einfordern könnten? Richtig. Die Fahrer erzählen, sie kommen auf 55 bis 60 Stunden in der Woche regelmäßig, Wochenarbeitszeit. Hier kommt den Arbeitnehmern das Arbeitszeitgesetz zugute und hier gegen verstößte Arbeitgeber schon, wenn er die Arbeitnehmer in diesem Umfang beschäftigt. Vor allem hinsichtlich dieser Verstöße und der vermutlich sittenwidrig niedrigen Bezahlung, kommt die Anwältin zu einem eindeutigen Gesamtfazit. Das ist eine Vorgehensweise, die mit unserer Rechtsordnung in keiner Weise in Einklang steht und eklatant gegen Arbeitnehmerschutzrechte verstößt und nicht zu tolerieren ist. Kennen Sie die Arbeitsbedingungen, zu denen die Paketzusteller bei den Subunternehmern arbeiten? Also wir beschäftigen uns natürlich als Unternehmen permanent damit, wie auch diese Subunternehmer agieren und das wird natürlich kontrolliert und sicherlich gibt es da auch sicherlich, wie es überall, wenn man so viele Mitarbeiter beschäftigt, kann es da auch mal Fälle geben, die nicht den Regeln entsprechen und denen gehen wir natürlich nahe und anmahnen natürlich dann auch Subunternehmer dazu, sich an die Regeln, die vertraglich vereinbart worden sind, zu halten. Nachdem ich wie jeden Tag den Zebrastreifen überwunden habe, beobachte ich, wie der Schichtleiter einen extrem arbeitsreichen Morgen hat. Einzelne Fahrer werden mit den Auswertungen ihrer Zustellquoten konfrontiert. Die Kollegen bekommen ordentlich Druck. Das Gespräch wird besonders von Seiten des Schichtleiters sehr laut und heftig geführt. Ja und da droht ihm der Schichtleiter doch tatsächlich mit dem Rauswurf und die haben dann da, das war genau neben mir die Laderampe und die haben da ziemlich lange dann diskutiert und gesprochen. Von meinen Recherchen weiß ich, von sich aus kündigen die wenigsten. Er wäre längst weg, wenn er nicht bei einer Eigenkündigung eben erstmal eine Sperre für das Arbeitslosengeld bekommen würde. Und so sagt er, wenn die Kündigung kommt, ist es ihm auch recht. Wenige Augenblicke später geht es um freie Tage. Und da fällt der Schichtleiter aus allen Wolken und sagt, das geht nicht, ich habe keinen Fahrrad, das kannst du nicht machen. Und der andere, der Fahrerkollege, sagt, aber ich habe dir das vor Wochen gesagt, das ist so wichtig. Du hast gesagt, es geht, ich habe jetzt da meine Zeit drauf eingeplant und alles. Und der Schichtleiter ist immer dabei zu beschwichtigen, zu drohen, zu ermuntern. Und der muss die ganze Zeit da versuchen, die Stimmung hochzuhalten. Aber im Prinzip sind die meisten angefressen auf dem Absprung, ja, oder eben werden krank. Auch für mich hat er eine Botschaft. Ein Fahrerfehler und ein Kollege, der eigentlich seit Tagen krank im Bett liegt, würde kommen und die Tour fahren. Dem soll ich aushelfen, falls er es nicht schaffe. Am Ende meiner Route rufe ich ihn an. Ich bin da, ne? Okay, bis gleich. Jo. Ich bin mit meiner Tour eigentlich durch, habe nur noch Pakete für die zweite Zustellung am nächsten Tag. Ich hätte genau jetzt auf dem Weg ins Depot sein können. Mittlerweile läuft die neunte Stunde meines Arbeitstages. Endlich kommt der Kollege. Ich hatte ihn morgens im Depot gesehen, schon da sah er blass aus. Ich frage ihn, wie es ihm geht und ob er sich wieder übergeben hätte. Er ist richtig grün im Gesicht. Ja, habe ich, sagt er. Wie machst du das, frage ich. Naja, wenn ich irgendwo aussteige, finde ich schon eine Toilette. Zeig mal, wie viele Pakete du noch hast, sage ich. Er gibt mir Pakete für eine seiner Straßen hier um die Ecke. Ich frage ihn, ob die Straße gut oder schlecht sei. Er sagt, geht so. Und weiter. Es gibt einfach Häuser, da ist keiner zu Hause. Und wenn du klingelst, wirst du angepöbelt. Ist mir heute wieder passiert, sagt er. Er bedankt sich. Ich wünsche ihm gute Besserung. Über unsere Arbeitsbedingungen, die vielen Überstunden, die immer nervige Parkplatzsuche, machen sich viele Kunden keine Gedanken. Weg 3 und Stieg. Scheiße. Keine Nummer. Keine Chance. Keine Nummer, keine Chance. Kuh 14. Es ist Samstag. Die meisten Angestellten haben Wochenende. Für mich wird dies einer der längsten Arbeitstage. Ich merke langsam, mein Leben besteht nur noch aus Paketen. Und das für 5 Euro die Stunde. Das letzte Paket für heute. Die 11. Stunde meines Arbeitstages bricht gleich an. Es ist weg. Es ist weg. Geschafft. Noch kein Feierabend. Jetzt geht es ins Depot. Von wegen. Ja, die Fahrer haben die Schnauze gestrichen vor. Verstehe ich total. Ich bin jeden Abend so durch. Als ich das Depot erreiche, fährt der kranke Kollege hinter mir. Wir gehören zu den Letzten. Die Fahrer, die direkt bei der Post angestellt sind, haben längst Feierabend. Doch hier ist für mich noch lange nicht Schluss. Ich muss den Wagen leeren, die Pakete für morgen bereitlegen. Und dann folgt die Abrechnung der Nachnahmekasse. Von 300 bis 1000 Euro habe ich alles erlebt. Die Kasse muss abends natürlich stimmen. Dann noch den Tagesbericht ausfüllen. Heute werde ich das Depot genau 12 Stunden nach meinem Arbeitsbeginn verlassen. Wie gesagt, Überstunden werden nicht bezahlt. Ja, jetzt kommt die Überraschung. Heute ist was Besonderes passiert. Ich habe zum ersten Mal einen ganz vollen Wagen. Ich bin jetzt schon schweißnass. Ich habe von halb sieben bis halb neun geladen. Über 200 Pakete. Und das sieht jetzt so aus. Also jede kleinste Lücke im Wagen ist bepackt. Das sieht dann bei allen Türen gleich aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die aufbekomme. Das sieht so aus. Die geht gar nicht mehr auf. Und auch hier auf dem Beifahrersitz. Über 200 Pakete. Ich glaube 210. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich war gestern schon mit der Hälfte gut bedient. Also das wird extrem alt. Ich muss Gas geben. Für meine Kollegen mit einem festen Bezirk, also die Stammzusteller, ist so ein voller Wagen Alltag. Mehrfach in der Woche haben sie über 200 Pakete. Das kann man nur schaffen, wenn Gewerbekunden dabei sind. Hier ist erstens immer jemand da. Und zweitens werde ich mehrere Pakete auf einmal los. Bislang läuft es super. Doch auf dem Weg zu den Privatkunden gibt es einen Wetterumschwung. Ein heftiger Regenschauer gefährdet meine Zustellquote. Der Pakete und Scanner soll nicht nass werden. Ich weiß gar nicht, wie die Kollegen das im Winter machen. Als es nicht aufhört, gehe ich trotzdem los. Die Uhr tickt. Und zu allem Überdruss fällt mir noch die versteckte Kamera. Aufs Pflaster. Ja, ich bin total, total genervt. Völlig genervt. Irgendwann beim Laden in dieser Einkaufsstraße fallen mir plötzlich die anderen auf. Im Minutentakt halten sie hier mit ihren Kleintransportern. Sie haben schicke Uniformen und alle schleppen Pakete. Und ab dem Zeitpunkt sehe ich sie plötzlich in der ganzen Stadt. Alle brauchen Pakete, alle brauchen diese Waren, diese Dinge, die in den Paketen drinstecken. Sei es jetzt privat okay, das ist vielleicht Luxus und Konsum. Aber im Geschäftsleben sind diese Sachen ja essentiell, um selbst wieder Waren herstellen zu können, Dienste abschließen zu können. Und das wird mit Paketzustellern geleistet, die dafür nicht ordentlich entlohnt werden. Die wirklich den ganzen Tag laufen, 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 organisieren, pünktlich sind. Und sie selbst haben keine Freizeit und das Geld reicht gerade mal so zum Überleben. Das ist definitiv ungerecht. Ich zeige Ausschnitte aus meinem Videotagebuch Wolfgang Abel. Er ist bei der Gewerkschaft Verdi für die Postdienste zuständig. Es gibt mindestens 50.000 Paketzusteller bundesweit bei den fünf großen Playern. Von denen sind mindestens 35.000 nach diesen Bedingungen beschäftigt. Das heißt, die müssen knüppeln, bis zum Gehtnichtmehr und kriegen Hungerlohn bezahlt. Hermes, DPD und GLS sind in der Paketzustellung zu 100 Prozent auf Subunternehmer ausgerichtet. Und die bezahlen auch überwiegend zu den Bedingungen, die sie eben beschrieben haben. UPS hat ungefähr 30 Prozent an Subunternehmer vergeben. Den Rest machen sie mit eigenen Leuten zu tariflichen Arbeitsbedingungen. Und die Deutsche Post DHL hat 10 Prozent der Zustellbezirke an Subunternehmer vergeben. Die Postbeschäftigten sind durch einen Tarifvertrag geschützt und arbeiten zu deutlich besseren Bedingungen als ich und meine Kollegen beim Subunternehmer. Also wenn Sie sich angucken, ein Postbeschäftigter hat einen Stundenlohn von 11,13 Euro, wenn er neu anfängt, wenn er älter oder länger dabei ist, dementsprechend höher pro Stunde und hat eine 38,5-Stunden-Woche. Er kriegt jede Überstunde bezahlt. Derjenige, der bei einem Subunternehmer arbeitet, hat in der Regel einen Pauschallohn. Der liegt so zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Und die Arbeitszeit wird im Prinzip nicht festgehalten, sondern er hat einen Produktlohn. Er muss die Woche über zustellen, die Pakete, die er hat. Und wenn er fertig ist, kriegt er dann dafür im Prinzip die Anlohnung. Wie sind die Erfahrungen mit der Leistung der Unternehmen, die für Sie im Namen von der Post DHL fahren? Also insgesamt sind wir sehr erfreut über die Entwicklung unserer Qualität. Das ist auch gerade wieder sehr zeitnah getestet worden, wo wir wieder rauskommen als der beste, qualitativ beste. Und diese Leistung wird sowohl von den eigenen wie auch von fremdvergebenen Bezirken erbracht. Wir sehen da keinen qualitärlichen Unterschied. Das B-Wort heißt Betriebsrat. Den gibt es nur am anderen Ende der Halle, bei den echten Postlern. Meine Kollegen warnen mich, sprich das bei uns bloß nicht an. Sie haben Angst, sind ausgelaugt und die meisten sind auf das kleine Gehalt extrem angewiesen. Doch ich habe nichts zu verlieren. Mal sehen, wie der Chef reagiert, wenn ich das böse B-Wort in den Mund nehme. Heute Morgen zu Schichtbeginn habe ich den Schichtleiter gefragt, wie er das denn sieht mit der langen Arbeitszeit. Ob es nicht ein Betriebsrat gäbe, an den ich mich wenden könne. Er hat dann mir ja tief in die Augen geschaut, leicht gelächelt und gesagt, ich bin dein Betriebsrat. Drei Tage später, noch ein Versuch. Mittlerweile bin ich drei Wochen bei der Firma. Ich spreche die Bereichsleiterin des Betriebs an, verweise auf den miserablen Stundenlohn von 5 Euro brutto und frage wieder nach dem Betriebsrat. Ja, sie war sehr freundlich, aber bestimmt. Sie hat das Gespräch dann sehr schnell abgeschlossen und hat gesagt, das können wir nicht hier besprechen. Wir haben jetzt die Autos zu beladen, die Pakete warten. Außerdem sei es ungünstig, wenn andere Kollegen zuhören. Und jetzt habe ich um 18 Uhr heute Abend einen Termin. Ab jetzt bin ich ein Fahrer, der anfängt zu nerven. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Gleich zu Beginn will mir der Chef den Wind aus den Segeln nehmen. Ich erinnere mich an seine Aussage. Eine Stammtour solle mein Ziel sein. Dann werde alles besser, ich würde immer schneller und könne früher Feierabend machen. Durch meine Recherchen weiß ich, dass das nicht stimmt. Den nun folgenden Dialog werde ich nie vergessen. Ich spreche die vielen Überstunden und eine Wochenarbeitszeit von über 55 Stunden an. Seine Antwort, wir rechnen nicht nach Stunden. Ich sage, aber ich rechne nach Stunden. Seine Antwort, den Fehler sollte man nicht machen. Ich verweise auf einen Stundenlohn von um die 5 Euro brutto, das sei unzumutbar. Seine Antwort, die Bedingungen diktiert die Deutsche Post, das ist ein knallhartes Geschäft. Dann erzähle ich von meinem Treffen mit einem Verdi-Kollegen. Der rate uns dringend, einen Betriebsrat zu gründen. Da war es wieder, das böse B-Wort. Jetzt kippt die Stimmung. Mir wird sofort klar, hier wird es mit diesem Chef niemals einen Betriebsrat geben. Der würde wohl eher seine Firma auflösen. Wenig später verlässt er mit meiner Personalakte das Zimmer und kommt kurz darauf, ohne, wieder zurück. Danach folgt, so erinnere ich mich, eine Plauderei über mein Wunschgehalt. Ein paar Minuten später betritt eine Frau den Raum und gibt ihm ein Papier. Der Chef legt es mir hin und spricht Klartext. Herr Schädler, wir kommen doch auf keinen Nenner, sagt er. Wir lösen das Arbeitsverhältnis auf. Ich könnte mir was Neues suchen. Das sei meine Kündigung. Ich würde ab sofort freigestellt. Ich solle nur unterschreiben und später die Klamotten abgeben. Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Hiermit kündigen wir das bestehende Arbeitsverhältnis innerhalb der Probezeit zum 15.10.2011. Das war's. Der Betriebsrat hat ihn geschockt. Was für ein ereignisreicher Abend. Zum letzten Mal Brille ab Und was das Beste ist, zum letzten Mal die Schuhe aus. Ich mache mir noch wie jeden Abend während meiner Undercover-Zeit als Paketzusteller Notizen. Ich will mich später an die Details erinnern. Gut. Das war der letzte Tag als Fahrer im Auftrag der Deutschen Post. Ich mache die Kamera jetzt aus. Schlussnote. Der Geschäftsführer der Firma hat ein Interview und die Beantwortung konkreter Fragen abgelehnt. Das Unternehmen Deutsche Post DHL versprach unmittelbar nach Ausstrahlung des Filmes kurzfristig Verbesserungen für die Fahrer. Nach erneuten Recherchen, die belegten, dass sich für die Paketzusteller in diesem Unternehmen wenig geändert hat, kündigt die Deutsche Post DHL ihrem Subunternehmer fristgerecht für den Zustellbezirk Hamburg. Die Fahrer können sich jetzt bei einer DHL-Tochter bewerben und bekommen die Chance auf einen Tariflohn. In Bremen und Kiel ist das Unternehmen nach unseren Informationen weiter für die Deutsche Post DHL tätig. und dann Und dann in Bremen und Kiel in Bremen. Untertitelung des ZDF, 2020